Moin Moin und herzlich Willkommen zurück zu SS Creed Valhalla. Wir haben unsere Dame hier hergebracht. Unsere Seherin, genau so schimpft die sich. Ich will immer unser Medium sagen, aber ist es ja nicht. Es ist unsere Seherin. Ja, na, Questanzeigen. Wollen wir mal schauen, was wir so drauf haben, wa? Hier, in der Tasche haben wir was drin. Was haben wir denn? Kleine Runde des Schattens schleichen. Danke. Sollen wir mal gucken, wie man den Kram da... 14,9... Kann man das nicht irgendwie in die Waffen reinmachen? War das nicht so? Wollen wir mal gucken. Der hat was? Ein Runenplatz. Der hat auch einen. Der hier. Rune. Okay, schauen wir mal. 3,4 Angriff. 3,2 Angriff. Leichen. Ah, okay. Hm. Hier könnte ich gar nicht die Gesundheit reinpacken. Kann das sein? Gut, dann machen wir hier Angriff. So. Dann haben wir ein bisschen mehr Schaden, den wir austeilen. Hier. Rune. Da ist auch nur einer rein. Ah, paar. Hm. Gut, dann machen wir hier auch Angriff rein. So. Was soll's? Wenn ich kein Schleichen da anbringen kann, dann halt so. Wette ich einen Helm? Der Serker-Raben-Clan. Je geringer deine Gesundheit, desto mehr erhöht sich der Wert für... Hm. Wir nehmen mal den, aber ich werde den verbergen. Ah, hier. Zack. So ist das. Okay. Jo, dann... Lassen wir's doch dabei. Aber... Ich will das verbergen. Wie war das denn nochmal? Ich will den nicht aufhaben. Der ist hässlich. Ah, hier, hier. Ach, der wird nicht angezeigt. Sehr gut. Egal, Hauptsache wir haben ihn. Dann... Wollen wir mal schauen. Wen haben wir hier? Ach, er. Die kleine Memme. Der Angst vor dem da vorne hat. Ähm, ja, cool. Ich hab hier für euch alle nichts mehr. Wir müssten dann mal wieder ein bisschen auf Jagd gehen. Aber erstreichen wir mal den Kleinen. No, fertig mit streicheln. Weiter geht's. Den machen wir fertig. Den krieg ich. Ah, keine Chance, der Kollege. Guck. Der ist hin und weg. So. Den hab ich fertig gemacht. So, hier war ich. Hm. Ich schau jetzt mal auf die Quests. Hm. Wird das machen? Ah, Siedlung 4. Ja. Ich will nur töte die Mitglieder des Ordens. Wikinger gesucht. Erricht der Walkers Haus. Ach ja, da haben wir gar nicht geguckt, was das kosten soll. Na, da schauen wir mal doch mal ganz kurz, oder? Das haben wir ganz vergessen. Ja. Ne Mieze-Gatze. Wer hat die hier reingelassen? Hier ist Hundegebiet. Mal gucken, was das kostet. Ach, hey. 60 sogar. Die ist ganz schön teuer, die Tante. Haben wir denn... Hm, hier, Welt. Seht ihr noch irgendwelche Klöster, die nicht so schwer sind? Bündere diesen Ort mit der Besatzung. Was ist das hier? Ah. Okay. Die empfohlene Stärke 190. Hier steht gar nichts davon. Oh, hier steht 250. Okay. Hier steht auch nichts. Die Cola ist ab Stärke 90 erst. Aber warum... Oder meint er das komplette Gebiet nur? Ja, 250 ist ganz schön viel. Was ist mit dem hier oben? 190. Der hier? 130. Also ich denke, alles, was rot ist, ist... äh... über meinem Dingens. 250. Der hier wäre okay. Und der hier unten anscheinend, ha? Oder... sagt er nichts? Na gut. Dann... nehmen wir den hier unten. So. Ab zum Schiff. Und ich verspreche euch diesmal, wenn ich wieder zu blöd sein sollte, es zu schaffen, mache ich eine Pause, erledige das und dann hole ich euch direkt wieder dazu. Versprochen. Aber wir müssen diesen ganzen Kram hier irgendwie erledigen. Geht ja nicht anders. Sonst kommen wir hier nicht voran. Und bis ich stark genug bin, um das so in eins durchzumachen... Naja, das kann dauern. Das kann nicht dauern. Abfahren. Abfahren. Genau. Zack, zack. Hm. Hm. Gute Jungs. Ihr wisst ja, wie es geht. Wir können das Segel nicht setzen. Ja. Solltest du ja nicht. Ey, ey, ey. Ey, wo will er, ne? Hallo. Aha. Okay. Hier müssen wir an die Ruder. Ja, zur Kartenmarkierung. Stimmt etwas an? Ist das Segel? Meine Güte. Heute haben sie aber nicht so wirklich Lust, ne? Jetzt sinkt mal was. Jetzt trellert mal richtig los, Leute. Ich hör nix. Außer Gedudel. So langsam. Da sinkt auch keiner. Nur Spielerei. Ah, Moment. Wir gehen erstmal da rüber. Da wollte ich beim letzten Mal schon hin. Hab's verpasst. Und jetzt wird's gemacht. Sie haben uns schon gesehen. Was machst du? Ja. Schnauze voll. Au. Aua. Ja, genau. Was wirst du zum Hike oder was? Was war das? Alter, was ein Killer. Der hat mir ordentlich einen verpasst hier gerade. Ey, haut der ab oder ist das einer von meinen? Ey, nur klein... Ey, 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 nur kleine Kinder schmeißen mit Steinen. Lauf doch hinterher, ey. So. Danke, dass du mich hier hergeführt hast. Den nehmen wir doch gleich mit. So. Hatte der Typ irgendwas? Nope. Das sind meine Leute hier. Der nicht. Ey, was ist denn jetzt los? Hat irgendjemand meine Axt kaputt gemacht? Ich schlag hier nur mit dem Schild zu. Was ist denn hier kaputt? Was war denn das für eine Aktion? Geht's noch? Meine Axt war weg. Was habe ich denn angestellt? Geh weg da, ich muss plündern. So. Hier ist nichts. Das ist mein Freund. Ach, der da. Scheiße! So. Er hat nichts. Lesen. Befehle des Räuberhauptmanns. Ihr zwei wart schon wieder am Werk, oder? Die Leichen an die Schweine zu verfüttern. Nur wie ihr den Geruch brennenden Fleisches nicht aushaltet. Das liegt daran, dass ihr nicht die seid, die die Gülle schaufeln müssen. Aber ihr könntet es werden, also vergesst das nicht. Wenn ihr das nächste Mal darüber nachdeckt, meine Befehle zu missachten. Ja, ja, hier missachtet niemand mehr irgendwas. Achso, das ist meiner. Okay. Geht mit dir los. Oh, die erste sind schon wieder drin. Ja, und nicht dafür. Dafür bin ich ja da. So, erstmal hier ein bisschen Demolition Man machen, so. Nichts? Gut, dann schauen wir da oben. Tja, außer Spesen nichts gewesen. Schreit dir noch irgendeiner rum. Wer bist du? Gut, würde ich sagen. Wenn auch nicht viel, aber dann doch sehr. Nahrung aufsammeln. Approbierend ist voll. Ich bin voll. Hier war ich drin. Das ist meiner. Noch irgendetwas? Da ist noch was. Achso, das war ja Nahrung. Da auch. Okay, nein, brauchen wir nicht. Hier geht es noch hoch. Aber bestimmt auch nur Pfeile. Ey, wo? Da war eine Treppe. Äh, eine Leiter. Aber gut. Warum einfach, wenn es auch schwer geht, ne? Kennen wir ja. So. Alles klar. Was freust du dich denn so? So. Erstmal raus hier aus dem. Und dann werden wir dem Fluss folgen und zur Kartenmarkierung gehen. Na, mal was zum Singen. Ja, warte. Pause, Pause, Pause. Ich will hier ran. Und. In diesem Gewässer müssen. Krass. So. Genau das. Bilder hoch. Ich will. Oh, da ist ja auch noch was Schönes. Erzählte von diesem Ort. Ja. Dort wurde das Sommer her zuletzt gesehen. Okay. Aber. Endlich wollte ich. Das trifft doch, Ewa. Ah. So. Okay. Ja, nee. Hier kommen wir sowieso hin. Dann doch nicht. Und dann machen wir erst mal das, was wir vorhatten. Und. Adiop. Ja. Ganz deiner Meinung, mein Freund. Segel. 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 Zeit für nie. Ach nee. Älze die lieber ne Geschichte. Ja. 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 Sie ist grämiger Krieger mit Steingesicht und Eichenarmen. Bei einem Rezept im Kurland landeten wir am Rand eines Waldes und Kundschaften, bis wir Menschen fanden. Großes Gehöft. Es war dunkel und alle schliefen. Also plünderten wir in der Stille der Nacht. Fast hoch. Sieht uns hier hin. Halt die Backen. Wir müssen loslegen hier. Ach Mitch Ava, was machst du denn da schon wieder? Ist ja schön, dass du so agil bist, aber bitte nur in Situationen, wo es notwendig ist. Leute, ihr seid eindeutig noch zu leise. Die haben uns noch nicht gehört. Meine Güte. Das sind echt Schreihälse. Ach, hier komme ich später her. Erstmal da oben plündern gehen. Was ist denn los heute mit mir? Ich bin nur am Gähnen. Ich bin irgendwie hundemüde. Okay. Okay, das scheint... Ja. Aua. Okay, das ist schon... ...wieder leichter zu schaffen. Wie man sieht. Genau, Prügel ihn in den Käfig rein. Autsch. Oh, hier macht es doch nichts, wenn ich mal getroffen werde. Ich glaube es ja nicht. Aber wenn ich so oft getroffen werde, dann schon. So, irgendwann ist auch mal Schicht im Schacht hier. Und ist oft genug getroffen. So, der leuchtet noch. Der hat was für mich. Schön, dass sie das immer alles anzeigen. So, ne? Oh, hier sind meine Leute drinnen. Ja. So. Warte, ich gebe ihm auch noch einen von dir. So. Hier oben sind noch mehr von unseren Leuten. Sag mal. Was geht denn hier ab? Mach deinen letzten Affen. So, Leute. Rander. Schnappt euch die Affen. Vielen Dank. Sehr freundlich. Von wem redest du? Oh, oh, oh. Da sind dann noch welche. So, raus mit euch. So. So. Ei. Schießt diese miese Spinne da runter. Was für eine Spinne? Wo runter? Hä? Ach, ist da jemand oben? Was passiert da? Huch. Kommt er denn her gesprungen? Okay, Moment. Ich muss mal gucken. Wo sind hier noch Gegner? Da ist etwas. Da gehen wir später hin. Erstmal nach da. Da oben scheint nämlich... Ah, guck mal. Da oben ist ein Schlüssel. Da wird gerade ein Schlüssel vermöbelt. Moment. So. Opa. Gehst du mal aus dem Weg? Meine Güte. Oh, oh. Das ist ein Starker. Oh, komm her. Okay. Diese Dinger. Wie ich das hasse, dass die immer abbrechen. Abbrechen, abblocken. Ich geh nach rück. So. Schön Schicht im Schacht hier. So, und jetzt wollen wir mal hier oben gucken. Hier ist der Typ mit dem Schlüssel, oder? Ja. Komm raus. Okay, hier ist nichts drin. Egal, ob es eure frei gemacht. So, was haben wir hier? Oh, hier haben wir ein paar Sachen, ne? Lass mich doch runter. Meine Güte, was ist denn los hier? So, geschafft. Nimm das doch mit. So. Was haben wir hier? Nichts, ne? Hier ist ein Buch. Das ist irgendwo hier unten. Na, dann probieren wir es halt nochmal. Aleop. So, gut. Dann da rein. Äh, wo ist der Schlüssel? Ach, da ist der Typ mit dem Schlüssel. So. Dann wollen wir hier mal ran. Sehr schön. Fähigkeiten. Was haben wir neu dazu bekommen? Ist das drei Stück auf einmal? Und der, und entdecke Gegner zu markieren. Lass los, um. Ah, okay. Gut, klar. Warum denn nicht? Den machen wir hier hin. Sehr schön. Sehr schön. Oh, der wischt dann alle. Gut. Achso, das ist nur Blündern. Entschuldigung. Ey, wer macht hier die Tür zu? Ich will noch raus. Achso, in die Richtung geht's. Gut. Äh. Da sind noch zwei Bösewichte drinne. Die holen wir uns. Leute, herkommen. Zack, zack. So, jetzt gibt's auch die Fresse. Ja. Oh nein, so ein Scharmützler wieder. Aua, aua. Okay. Okay. Okay, aufpassen. Ewa. Hm, ist nicht mehr so lange. Gut. Der ist erledigt. Nee, schön aufpassen. Autsch. Ich feide dich aus. Okay. Doms, hilf mir. Oh, oh. Gott, erledigt. Hui. Bitteschön. Ja. Du hast du. Ja, wie, was soll das denn? Soll ich dir nicht raushelfen? Er bleibt doch drinne. Olle Zicke. So. Das haben wir. Aber das kann ja nicht alles gewesen sein hier, oder? So. Einmal gucken, bitte. Rabe, schau mal rum. Überblicke das Land, Freundin. Da müssen wir noch rein. Da ist etwas. Ja. Kann man hier hoch? Ich will da mal hochgucken. Bevor wir hier gleich. Das scheint irgendwas oben zu sein, oder? Ach nee. So ist das. Okay. Ja. Na, dann wollen wir mal. Gehen wir da drüben rein. Und nehmen das auch noch. Da sind bestimmt auch noch welche drinne. Meint ihr nicht? Halt drin. Hier läuft ja noch einer rum. Ja. Ich merke, was mich das kostet. Oh. Himmel. Alter. Was für Killer, dass sie alles sind. Ich brauche Unterstützung. Hm. Na, komm. So. Sind hier Kämpfer drinne, oder nur? Ach, nur ihr. Gut. Macht euch vom Acker. Ich brauche hier mal Hilfe. Ja, hallo. Wir kommen in einer Häfeln, bitte. Ja, da komm du. So, sehr schön. Weichtum. Gibt's hier noch was Besonderes? Okay. Hey, Leute, habt ihr das gesehen? Der erste Raubzug, der mal wieder vernünftig lieb. Oh je. Tagebuch eines Priesters. Wir sind Männer des Friedens. Dies ist ein Kloster, kein Herrlager. Und doch haben Wigmunds Leute eine Gruppe von Gefangenen, denen hierher gebracht. Sie halten sich hier fest, gefesselte, hungern. Aber warum, frage ich mich. Ich schick's, er ist besiegelt. Wigmund wird ihren Tod anordnen. Vielleicht wollen sie sie foltern. Wenn das der Fall ist, dann macht mich das unruhig. Nichts jagt mir mehr Angst ein, als ein Däne, der mit dem Rücken zur Wand steht. Ja, solltest ihr auch. Ihr seid gefährliche Bastarde. Nein, nicht schon wieder lesen. Wigmunds Anweisungen. Soldaten Gottes. Tötet alle heidnischen Hunde, die dem Überfall auf Gran... Gran... ...entkommen konnten. Aber verschont das gelb bemalte Langschiff. Dieses Schiff birgt den Herold unseres großen Sieges. Okay. Ein gelb bemaltes Langschiff. Da ist so ein kleiner Möchtegern-wichtig-Tua drinne. Okay. So. Leute, bevor wir hier abhauen, wir sollten vielleicht doch nochmal alles nachgucken, oder? Ah ja, hier war ich drinne. Hier habe ich das Dingens geholt. Was war hier? Ja. Schaut euch das an. Ach ja. Diese Anfänge. Einmal mit Profis arbeiten. So, waren wir da drinne? Ist hier hinten noch etwas? Die Jungs machen nur die halbe Arbeit. Die wollen immer nur die dicke Kohle abgreifen und dann... ...hauen sie direkt wieder ab. Geh runter hier. So. Okay. Lauter Schätze. War ich hier? Ja, hier war ich doch schon drinne. Was für lauter Schätze. Genau die Seite ist das. Was? Wieso kommt da jemand? So, erledigt. ok irgendwer schießt damit Pfeile auf mich irgendwer meint das echt nervig ernst hier du Sacknase ich musste wegen dir jetzt Essen nehmen so jetzt kriegst du den noch plündern direkt nochmal plündern da ist ja noch jemand so meine Güte was stimmt denn nicht mit euch wo kommen die denn auf einmal noch alle her hier guck dir den an der wollte direkt abhauen und du machst die Backen dicht freundchen aber sowas von dicht wie du es noch nie gemacht hast so na noch einer ok ich komme warte ja 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 so alles klar jetzt erledigt das sind nur so priestermäßige da oben waren wir da war ich auch ah guck mal hier ich hab mich noch einen vergessen jo bitteschön hier wurde der wieder eingesperrt oder hab ich die Tür vergessen vorhin da war noch was zum plündern hä ah ja so gut ich wollte gerade sagen das sieht aus wie Gehirn aber nein das war ein Tierinnerein so jetzt schaue ich mich hier nochmal ein bisschen um was ist denn mit dem naja es ist das bisschen Silber wert versprochen mhm ja ist gut ach so einer schon wieder genau ich zeige dir mal etwas auf deiner Karte gut mit so einem rede ich nie wieder der will nur Geld haben ok hier geht's mit rein so da drin war ich drin ah hier Futter ganz wichtig ganz wichtig für den nächsten Notfall so hier ist auch Futter lebendiges Futter so wollt ihr mitkommen kann ich euch hier rauslassen kann ich mir ein bisschen Schweinefleisch holen so geht das Tierherz nur ein Tierherz ich dachte es gibt was vernünftiges so ich schaue jetzt mich hier noch ein bisschen um und dann meine Freunde ist diese Folge auch schon beendet endlich mal wieder ein auf Anhieb erfolgreicher Raubzug ich kann es ja kaum fassen ich heule gleich aber meine Freunde das war es denn für heute ähm ich wünsche euch einen wundervollen Tag genießt alles was ihr habt und ich hoffe wir sehen uns in der nächsten Folge wieder macht's gut meine Freunde ciao row ich mich bei mir die euch das ist